Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft und Furster Collex hin Der ist irgendwie verschwunden, abwesend Ne, hier, ernsthaft. Ah, da ist er! Er schaut auf die Wand Hi! Hier ist irgendein Glitch. Hab ich gerade mal. Gerade vor 5 Sekunden. Ah, er ist wieder weg. Ja, okay. Gut. Ja, es tut uns wirklich ausgesprochen leid, dass wir so blöd waren und auf Camtasia zurückgegriffen haben als Aufnahmeprogramm. Es hat ja tierisch gelagged und einigen von euch ist es wohl auch aufgefallen. Deswegen haben wir... Einigen, was hat glitzekleine Lacks drin? Nur ganz kleine. Ja, nur ganz ganz kleine. Also ist ja nichts Schlimmes und so, ne? Naja, äh... Und das Dumme, die letzten 10 Minuten sind uns auch abhandengekommen. Wir haben eigentlich nichts Großes gemacht. Wir haben das Dach dort oben gebaut. Dann haben wir noch ein bisschen hier weiter gebaut und so weiter. Aber ich werde dich gestellt. Du hast gar nichts davon gemacht. Ja, hast du alleine gemacht. Und ich habe hier an dem hier so ein bisschen gearbeitet. Ja, nichts Großes eigentlich. Und heute, äh... Wollen wir ein bisschen weiter bauen. Jo. Mhm. Ja. Mhm. Und hoffentlich diesmal ohne Lacks und ohne Unterbrüche und so weiter. Und du glitschst dich gerade durch den Boden, wie ich gerade sehe. Du hast keine Beine. Das sieht jetzt irgendwie so geil aus, du. Wart mal kurz. Das sieht... Immer noch? Nein, jetzt nicht mehr. Okay. Okay, gut. Und... Ja, wir bauen weiter. Ach ja, Leute. Äh... Ach was? Ja. Also, äh... Was auch noch neu ist, ist... Vielleicht hast ihr hier schon gemerkt. Ich glaube nicht wirklich. Äh... Letzte Aufnahme war 1.3.2. Und ich habe ihm wieder Zeit genommen und hab uns ja wieder abgedatet. Momentan auf der aktuellsten Version von 1.4.5. Mhm. Sehr schön hast du das gemacht. Wir sind alle stolz auf dich. Ja. Ja. Endlich mal das aktuellste Minecraft. Wuuu. Auch wenn vielleicht die... Auch wenn vielleicht die... Wenn vielleicht die... Wenn die Aufnahme auch oben ist, vielleicht trotzdem schon wieder eine neue Minecraft vorbekommen. Na, hoffen wir es mal nicht. So. Ja. So. Ja. Na, 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 na. Äh, ne. Also, ich gehe mal fertig bauen und der Saske... Ne, auch mal fertig bauen. Jo, klar. Äh, warum gehst du da... Äh, ich mache es umständlich. Ich will aufs Dach. Wuuu. Und da ich kein Flying-Mode belohse, muss ich das so machen. So. Äh. 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 Was ist da? Äh. Noch nie gehört. Ich hab keine Ahnung. Ich hab null Planalter. Ne. Ich weiß nicht mal... Ich weiß nicht mal... Was das sein soll. Was überhaupt ist. Ich... Ich irgendwie auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Na egal. Wisst ihr was das ist? Flying-Obs? Schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr ganz... Nein. Nein, das... Nein, das war keine Aufforderung. Das war... Ironisch gemeint. Das war keine Sarkasmus. Sarkasmus-Ironie, ja. Obwohl eigentlich Sarkasmus und Ironie ist ja eigentlich nicht dasselbe, wenn man so sieht. Ne, wirklich? Na, ne, es ist nicht... Ich hab niemals selbst draufgekommen. Ja, ich weiß. Deswegen muss ich es dir doppelt und dreifach erklären. Ah, okay. Sinn des Lebens. Wo ist das? Das ist der Sinn des Lebens, Leute. Wurди. Ach. Weißt du mal Loadองhaus. Ich hab mal... Ah, perfekt. Genau, das Holz kann ich gebrauchen. Ahm.... Dann na na ja... Genau, die planks brauche ich jetzt gerade. Egal, also... Oh, na lang-nan... Nö, so... Na na na... Nö, nen, 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 nen... Na na, nen, nen, nenaa... Na na.... Nö, nö, nen, 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 nen... Nö. Nehm ich noch ein bisschen von denen mit. Ahhh. Ja das sollte eigentlich reichen. So, und, äh, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist bald die Weihnachtszeit, wuhu! Und bald der Weltuntergang, wuhu! Ah ja, der auch, ah ne, der kommt ja schon davor. Oh nein, es gibt doch kein Weihnachten. Müsste ja irgendwie voll krass sein. Liebe Kinder, dieses Jahr gibt's kein Weihnachten, weil vorher die Welt untergehen wird. Seid nicht traurig, ihr werdet nur einen sehr schmerzhaften Tod haben. Das müsste jetzt jedem Einzelnen so weit bringen, dass genau dann die Welt untergeht. Dass es jeder glaubt. Ja, ich find's vor allem krass, wenn sich Leute hier wirklich ernsthaft umbringen, wenn sie, äh, ja, weil sie so stark dran glauben. Das ist schon ein bisschen krass, find ich. Das ist allgemein krass, was die überhaupt machen für so, ähm, hier noch sie bis sechs. Wo jeder genau weiß, ähm, nein, es wird nicht passieren, aber irgendwie denken die, doch, es wird passieren und, äh, ja. Ja, das ist echt komisch. Ich find's kompletten Scheiß, was eure Meinung dazu ist. Ja, ja, ihr könnt's hier auch, schreibt's, ich will alles wissen, schreibt's auf. Habt ihr gehört? Das Osker will's wissen. Ja, ich will's wissen. Er will's wissen. Okay, langsam wird's creepy, ich lass's lieber. Nö, 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 nö. So. Jetzt hab ich... Nö, 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 nö. Jetzt hab ich ein paar Treppen, die ich benutzen kann. So. Und übrigens wird das hier eine etwas kürzere Folge, da ich nachher noch ein bisschen was erledigen muss. Schule und so. Ja, das ist das ganze Leben, elev und so, ja. Schule und so, ne. Ja, liebe Kinder, ihr müsst immer ganz gut in der Schule sein. Sonst wird außer euch nichts. Schule. Schule. Schuhe Nö, ist so Wo ist das eine Schule? Kannst du schon mal das erklären? Ein Ort, der für nicht zu gebrauchen ist. Ja, okay, kommt drauf an welches Fach. Also es gibt auch gute Fächer, aber das kommt eigentlich recht selten vor. Okay! Hab ich irgendeine Axt? Okay Ah, ne doch, bin ich blöd. Ich hab ne Axt! Ich muss mal was schauen, ja, und dann Dann machen wir folgendes so Ich hab' auch Green Life, wir werden auch nie ganz in den Cycles geschrieben. Oh Gott, komm jetzt! Ist das wieder so? Ah, so geht's. ASI.TV ASI.TV, hui! Wer schaut ASI.TV noch? Schreibt's in die Kommentare, ne. Okay, langsam reicht's auch. Äh Ne, echt gute Frage, wer schaut das überhaupt noch? Also ich nicht. Ich glaub' das ist niemand mehr. Ja doch. Jeder ist gegen ASI.TV. ASI.TV ASI.TV Ja, was sagt ihr so zu? ASI.TV. So. Ähm. Hier sind noch mehr. Oh Gott! Noch nicht so meine... Meine Herren. Und Colex hat gerade eine Scheibe zerstört. Uh! Das klang sehr, sehr schön. Hm. Und ich brauch' noch mehr Treppen. Ähm. Ne, warte mal. Ne, ne, einen Moment. Das sieht behindert aus. Ja, das sieht echt behindert aus. Äh. Hm. Hm. Stotze. Da fragt sich nur, ob wir... Ob ich das jetzt so anhängen will, oder... Ein eigen... Ne, ein eigenes Dach sieht, glaub' ich, besser aus als so. So. Dann baue ich mal ein eigenes Dach. Zack. 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 Warum geht das nicht? Warum nicht? Ich muss irgendwo mitten in den Raum machen. So. Aber mitten in den Raum geht auch. Ähm. Mitten in den Raum ist was anderes. So, 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 so. Verstehst du, was ich meine? Äh. Klaro. Hm. Ich hab zwar überhaupt nicht zugehört, aber... Ja, klar. Ich weiß was vom unlogischsten... Unlogischsten der Welt. Ich mach die Leiter einfach am Kamin an. Weil's anders nicht geht. So. Äh. Ah, etwas blöd wegen den Treppen hier, aber egal. Nein! Wieso? Hm? Ich wollte nicht runterfallen, meine Güte. Verdammt, da war die Worte nicht runterfallen. Also, nie. Fluchen geht gar nicht, oder? Äh. Ja, okay. Stimmt, es ist Weihnachtszeit. Also, komm. Achso. Wir können uns ja... Ja, okay. Vielleicht sollte ich mich mal so ein bisschen zurückhalten. Äh. Halte dich zurück, oder du ist sterben. Ja, oder ihr, oder... Die Zuschauer wollen genau das. Er soll ausrasten. Rast du aus hier und jetzt. Ja... Ja, hey colleagues, wie soll ich denn das Dach noch bauen? Das... Hm. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn auch... Ich hab's die Wand dazu gemacht, dass so... Stinke ganz normales Schrägdach oder so... Ja, muss du sagen! Oder soll ich so schräg weiterbauen an deinem Dach? Also, so schräg weiter runter, aber das... Ja, ich weiß nicht. Nee, sieht scheiße aus. Ja, eben. Scheiße. Hm. Ja, egal. Dann machen wir es folgendermaßen. Wo haben wir denn die Eimer? Ah ja, Eimer sind jetzt ja auch stapelbar. Uh. Uh. Na, dann fang... Nein. So leere Eimer sind stapelbar. Voller Eimer immer noch mit. Ich mag's einfach. Was sie an Minecraft so geändert haben und so. Hm. Haben schon einiges geändert, muss man sagen. Und was hab ich schon gesehen, den Durchgang, den wir hier jetzt im Haus haben? Äh... Keine Ahnung. Wann haben wir den denn? Dass wir jetzt einfach an der Mauer den Durchgang angeschlossen haben. Äh... Ah nee. Ah ja, stimmt. Den Kreislauf da haben wir geschlossen. Ähm... Hm. Meint ihr das jetzt? Ja, Leute. Da die so... Da hab ich was ganz schönes gemacht. Ja, perfekt. Genauso. Sehr viel... Ist sehr viel was auch wieder nennt. Ah, Leute, es sieht ja geil aus. Äh... Nein. Falsch. Weiter knapp. Falsch. 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 Dann müssen wir es auch auf Behinderterart machen. So du mitspringen. auch gut. Auf die Behinderterart. Ja, auf die Behinderterart. Richtig gehört. Da dörr sich auch an, ey. Also wärs ein Nazi oder so. Ob ich schon Nazi war, ne? Ähm... Oder Asi. Zack, 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 zack. Weißt du, was ein Ösi ist? Ein Ösi. Ösi. Das klingt ja geil. Ja. Also ich will niemanden damit beleidigen, aber ich finde einfach... Genial wie... man aufs Sox fast ausrüsten kann. Das ist doch ein schöner... was Schönes. Das ist doch ein Österreicher, aber... Das ist doch an so schwer, was ein Österreicher sind. Falsch. Falsch. Ja, wieso nicht? Why not? Why not? Äh... Was hier so? So. So, willkommen zurück. Ich hoffe, dass dieser... Dieses schöne Spiel... funktioniert. Besser als es vorhin funktioniert hat. Ja. Ich hoffe, Sasuke bleibt normal. Und schlag mich nicht demnächst mal, wenn ihr mich sieht, zusammen. Nee, ich... Ich schlag dich schon nicht zusammen. Wer weiß, vielleicht für den Glück hast du nicht. Nee, ich... Ich bin nur ein bisschen genervt vom Minecraft, weil... Der Mist hier einfach nicht funktionieren will. Und... Ich bin mein... Mit... Mein Nerven so... Bisschen am Ende. Deswegen... hoffe ich, dass ich nicht, äh... vollkommen die Geduld verliere. Ja. So. Aber das... ist hier... nicht weiter schlimm. Au. Und ich fall... Ich fall hier dauernd runter. Das ist echt... Ach ja, und übrigens auf die Ente Maschine. Ah, okay. Ähm... So. Mh... Und das, weil... ich... im Ohrbeid bin unter der Ente Maschine. Ne. Das sieht blöde aus. Dann versuchen wir es nochmal. Ja. Und, äh... Wie bereits gesagt, für diese Aufnahme habe ich jetzt nicht so unfassbar lang, weil ich habe eben noch was machen muss. Ich glaube, ihr versteht das. Und ja. Äh... So. So. Wie... 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 Kann es sein, dass du irgendwie leiser geworden bist oder so? Nee, ich rede nur wieder leiser. Ja. Gut, jetzt hört man sich einiges besser. Es ist so, okay. Oha. So. Und... So. Und... Und... So. Ist jetzt so ein bisschen wie PewDiePie. PewDiePie? PewDiePie? PewDiePie. Der macht auch ab und zu so eine... So eine... Stimme. Genau so eine. Das hier. Das hier. Und... Und... Ne. Äääääähm... Wie mache ich das hier auch so? So ist es wahrscheinlich am besten. Mh. Hier vorne baue ich sowieso gerade so ein Teil, also baue ich das so hin. Rechts, 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 rechts. Versteht ihr das? Es reicht nicht aus. Es reicht aus. Ah, wieso? Oh Mann, ich brauche weitere Leitern, aber ich habe irgendwie praktisch gar keine mehr. Mach ich mir haupt neu, eh? Auch gut. Äh, wo ist es hier? Ja, hier sind noch Wood Planks, die kann ich brauchen. Wood Planks, Wood Blanks. Ja, ja, acht. Ja, acht sollen eigentlich reichen, hoffe ich zumindest, wenn ich dann Pech gehabt. So. Nein, das reicht nicht. Toll. Ah, super. Ich kann ihn nochmal runter gehen und eine neue holen. Mann. So. Ah. Ja. Und Koleks, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Mhm, in super Weihnachtsstimmung. Wir will momentan nur noch feiern. Friede, Freude. Naja, äh, ab morgen wird's dann bei mir auch so sein. Ich muss morgen nämlich meine letzte Klausur schreiben, dann war's das. Zumindest, äh, für dieses Semester und das ist schon was Tolles. Das, gefrei von seinen Sorgen. Juhu. 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 Ähm. Juhu. Lauter reden. Leise reden. Verstehst du das? Aber wieso bist du jetzt so leise? Ich verstehe das gar nicht. Na egal. Juhu-Oh. Juhu. 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 Ich werde aber nicht so wichtig. Ich werde nicht wichtig. Bist du schon fertig mit deinem Dingenskirschens? Ja. War's auch immer? Ja. Soll es dir helfen oder schaffst du das alleine? Ich bin nur das. Ich schaff's schon alleine. Mit meinem türken Deutsch. scharf er geht in die Kirche teilweise hier an Krasnitz wegen Mark von Minecraft und so und muss aus und und dann doch es ist andere Klärung er hat die Erklärung Moment momentan bald wir leben das ist gespart und von jernis ich weiß auch nicht ich irgendwie im Markt mein Kraft nicht einmal nicht bei Deus Ex Prozent der Sprecher es läuft alles super aber bei so einem kleinen Programmchen könnte man fast sagen wie Minecraft klappt alles nix ab Sturz ab Sturz keine Ahnung aber ich habe jetzt sie ja so zu zwei Kisten gemacht und mit mir nach so zwei Kisten mit 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 alles lassen wir dürfen also gut Prozent wollen wir dann hier mal ein paar Bänden im Grunde und gut muss machen naja eben so Leute dass das jetzt mal ein bisschen kürzerer Part ist aber auch muss hat auch ab und zu sein und für den Messer einen Schluss machen oder so ich will mal kurz schauen wie du sie machen machen wir das doch hier in der neuen Hütte oder so ja wir wollen den Schuss drehen aber Minecraft will uns einen Schritt durch die Rechnung machen sagt ne 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 den Schuss dreht er nicht vorher leg ich noch ein bisschen rum gut ja wir werden wir entschaffen ja ja es ist eigentlich noch ziemlich geil aus muss ich sagen von hier und von hier auch und du hast jetzt irgendwie einen geilen zu kriegen ich weiß auch nicht ich hab das geilere aus als du gut Leute das war's mit Let's Play Together Minecraft eine etwas kürzere Folge nächstes Mal versuchen wir mal die kleinen Problemchen zu beheben falls wir das hinkriegen kriegen vielleicht auch nicht hoffen wir na hoffen wir es mal du es hinbekommst nicht sie erklären kann besser gesagt ja wir ich kann es ja mal versuchen gut dann bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Together Minecraft das war MrSask63 dabei war Abdul yo und dann bis zum nächsten Mal ciao Leute ja alors t Untertitelung des ZDF, 2020